Hi Leute, heute mal ein Shorty zu den Ozongeräten der Firma Aquamedic. Da gibt es vier verschiedene Größen. 30, 90, 250 und 400 Milligramm, die diese Geräte produzieren können und die kommen in dieser Form schönen schwarzen Box. Wir haben hier einen Stromanschluss, wir haben hier zwei Anschlüsse für Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser, eine Wandhalterung und hier oben unser Bedienteil Plus, Minus, An und Aus und die Anzeige für die zehn Leistungsstufen, die man an diesem Gerät einstellen kann. Was mache ich mit Ozon? Mit Ozon verbessere ich meine Wasserqualität. Wie kann ich das überwachen? Am besten mit einem entsprechenden MV-Monitor, ein Redox-Messgerät. Wie das geht, habe ich in einem Video festgehalten. Und was Ozon genau ist, habe ich auch in einem Video festgehalten. Ozon, müsst ihr wissen, ist im Endeffekt ein Giftgas, was hingeht und uns Gelbstoffe, Nesselgifte und ähnliches aus dem Wasser ziehen kann. Wie man damit umgeht, solltet ihr euch definitiv noch mal genau anschauen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, sowas dosiert einzusetzen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.